Hey Leute, also ihr wisst ja in einem Tukluter Video, was immer war und so. Ich wollte sagen, dass ich kein Tukluter Fan da bin, weil ich muss sagen, er hat mir wirklich den Kopf gewaschen dadurch. Und ich weiß jetzt auch, dass es nicht richtig war, ein Tukluter Fan zu sein, weil ich muss sich erst mal belegen, was für eine Scheiße die einbauen, um ein Tukluter zu sehen oder mehr. Und durch euch hab ich halt gemerkt, dass sowas total in dieser kleinen Dunkel, wo man ein Fan von denen ist, ja. Und ich steh wirklich dazu, dass ich kein Fan von denen bin, weil ich keinen Bock mehr hab, erstens auf die dumme Sprüche und so. Und ja, und das dann, also mir ist das jetzt egal, wenn ihr trotzdem noch mal dumme Sprüche oder so bei mir schrubbt, weil ich weiß, dass es kein Fan von denen sind und ihr könnt mir glauben, ihr könnt es lachen. Und auf jeden Fall soll ich halt nur noch mal begraut haben. Und mit dem Video zu weiteren schicken könnt ihr auch machen, ist mir auch egal. Aber ich wollte euch halt nur noch mal sagen, dass es jetzt halt kein Fan von denen ist. Ich bin wirklich den Kopf gewaschen, er hat mir jedes Mal gesagt, Tukluter, ich reich vom Such. Und auf jeden Fall hab ich da auch mal gecheckt und hab dann auch selber gemerkt, dass ich so doof war und euch das eigentlich nicht geglaubt hab. Und von daher darf ich nur danke, dass ihr den Kopf gewaschen habt. Und das war vielleicht mein letztes Video, aber ich weiß von euch vielleicht noch eins, wenn du Tukluter einen Arscher halten und so muss ich mich seit gucken. Okay, ciao. Okay, ciao.